ja moin freunde direct x ist am start mit einer neuen folge city skylines und meiner stadt x town hier und ja seit der letzten folge hat sich wieder einiges getan ja im moment mache ich mehr so die vertonten videos bei city skylines anstatt die zeitraffer videos ihr könnt mir mal in die kommentare schreiben welche art vom video ihr besser findet und ja ihr seht vielleicht auf den ersten blick hier hat sich einiges getan und zwar den bahnhof hier den habe ich noch mal mit einem zusätzlichen verkehrsmittel versorgt und hier sieht man auch schon hier kommt die straßenbahn ist auf jeden fall sehr nützlich weil ja hier ist doch schon einiges am verkehr aufgekommen und hier haben wir auch das straßenbahndepot die strecke hier die von hinten kommt das ist hier die zugstrecke die ist im moment noch außer betrieb die hört hier auf da wird hier irgendwo noch ja ich weiß noch nicht so eine ja ich weiß es einfach noch nicht lassen wir noch mal weg und ja hier haben wir das straßenbahndepot habe ich jetzt provisorisch mal hier abgestellt und zwar der grund für die straßenbahn ist ein ganz einfacher erstens haben wir hier sehr viele ja zugäste die hier eintreffen das sieht man häufig wenn die auch rüber hier zur haltestelle gehen oder zu den haltestellen des weiteren ihr seht ja hier die menschenmasse die jetzt hier rüber in den wohnblock hier beziehungsweise in den stadtteil überhaupt hier rüber wandert also das habe ich mal verfolgt die laufen hier schön brav über die brücke ja die teilen sich eigentlich auf also man sieht hier da gehen schon einige rüber teilweise gehen die hier zur haltestelle teilweise gehen sie aber auch direkt hier rüber um ins wohngebiet beziehungsweise in stadtteil hier zu kommen hier ist ja so quasi ja die eigenheimbesitzer kann man so sagen und so ein bisschen hier penthouse wohnung und so die habe ich übrigens hier hinzugefügt dieser platz hier war ja noch frei und ein bisschen kahl meiner meinung nach und deswegen habe ich das ganze hier ja ein bisschen wie soll man sagen so ein bisschen ja dichter besiedelt ich wollte ja ursprünglich hier so ein bisschen park an sie anlegen aber habe ich dann gelassen ich wollte ein bisschen mehr ja für wohnfläche sorgen und das habe ich auch hier getan ich würde sagen so bis hier bin ich eigentlich schon ganz zufrieden und wir sind auch gut ausgestattet jetzt kommen wir zu einer weiteren sache in den ja in den stadtrichtlinien habe ich was geändert immer wenn ich das safe game geladen habe hatte ich hier ein großbrand am krankenhaus ging mir so ziemlich auf den sack und deswegen muss ich da mal ein bisschen vorsorgen also ich hatte hier immer mega flächen brand das seht ihr nicht weil ich den flächen brand erst mal immer von der feuerwehr in den griff bekommen lassen habe und ja jedes mal wie gesagt wenn ich den spielstand geladen habe gab es hier irgendwie ein mega feuer so ging mir ein bisschen auf den sack und deswegen habe ich mal hier die verteilung von rauchmeldern eingeführt und ja da sinkt auf jeden fall die brandgefahr und ja die ganze feuerwehr aktion ist damit so ein bisschen in den griff zu bekommen ich hoffe beim nächsten start beziehungsweise wenn ich das safe game lad das hier nicht wieder so mega flächen brand ausbricht und des weiteren kann man sehen ich habe den kostenlosen nahverkehr eingeführt hat den grund um so ein bisschen den verkehrsstress hier abzubauen ich habe ja jetzt ja aktuell zwei buslinien die hier unterwegs sind ist jetzt nicht so viel klar man könnte jetzt noch mehr einführen aber ich wollte erstmal sehen wie sich das ganze entwickelt und ja wie man so sehen kann auf den straßen ist eigentlich nicht mehr so viel los also nicht mehr so extrem wie das mal war hier die ausfahrt hier bildet sich eh mal ein kleiner stau aber die ausfahrt beispielsweise ist frei und das ist auch gut so wie ich das hier regel bin ich mir noch nicht so sicher das ist jetzt hier weil alle möglichst auf dem kürzesten weg ins wohngebiet wollen und wenn die von der bahn kommen und hier abbiegen ist halt der kürzeste weg da muss ich mal schauen dass ich hier noch eine andere zufahrt hinbekommen manche fahren auch hier lang sieht man ja aber ist so der geringste teil und ja das ist so die quasi die einzige zufahrtsstraße auf dem kürzesten weg und ja da muss ich ein bisschen mehr für verkehrsfluss sorgen da werde ich mich aber dann noch mal darum kümmern zu gegebener zeit und ja wir machen jetzt erstmal so quasi eine bestandsaufnahme was sich hier noch so geändert hat seit der letzten folge gut das wohngebiet das haben wir jetzt abgehandelt das ist auch alles gut so gefällt mir auch alles gut dann schauen wir mal genau die straßenbahn ich habe ich angesprochen okay dann zeige ich mal wo die straßenbahn eigentlich hinführt und welchen sind die erfüllt die straßenbahn deckt komplett das wohngebiet ab ist auch gut so die straßen habe ich einfach aufgewertet ich musste hier ein bisschen die gebäude umsetzen weil die straße inklusive gleise ein bisschen breiter ist und die fährt dann hier runter und verschwindet dann erst mal und ich kann euch sagen hier kommt es wieder raus das ist so quasi die direkte verbindung zum flughafen zum terminal weil ja der anschluss mir hier sehr wichtig war dass die leute auch von hier quasi in der straßenbahn einsteigen können und direkt ins stadtzentrum kommen und ja dann quasi eine direkte verbindung haben jetzt sieht das ganze noch nicht so toll aus ist alles noch rohzustand und da werden wir vielleicht gleich auch noch mal dran ansetzen aber ich will euch noch ein paar wichtige sachen halt zeigen des weiteren habe ich hier einen kreisverkehr eingeführt der hat die aufgabe ja dass die leute hier schnell vom flughafen weg kommen also dass der verkehrsfluss schnell hier ja geregelt ist jetzt weiß ich nicht warum hier die menschenmasse vom flughafen lieber läuft anstatt mit dem bus oder mit der straßenbahn zu fahren die fahren auch mit dem bus lieber aber die bevorzugung dieser haltestelle macht jetzt auch wenig sinn da muss man gleich auch mal gucken weil ja dies total überbevölkert und eigentlich ist ja hier ja vor kopf direkt eine haltestelle meine ich zumindest von der buslinie ich meine ich habe hier eine haltestelle eingeführt da gucken wir jetzt mal direkt nach damit wir hier auch ein bisschen das ganze optimieren können ja da haben wir schon den ersten fehler im detail da würde ich sagen kriegt die strecke jetzt hier auch mal eine bus haltestelle wir haben jetzt aktuell nur die straßenbahn habe ich anscheinend die die bus haltestelle nicht eingeführt das machen wir dann jetzt aber und die werde ich direkt auf den dritten teil des busbahnhofs legen werdet ihr gleich sehen wenn er jetzt nicht wisst oder beim ersten mal dabei seid und die meine meine stadt so im grummen noch gar nicht kennen da würde ich sagen machen wir auch den direkten weg also hier ist auch noch mal eine haltestelle macht jetzt auch nicht so mega sinn hier bricht wieder feuer aus okay da mache ich mal eine haltestelle hier haben wir schon eine haltestelle integriert die nehmen wir dann direkt auch mit da soll der bus auch mal anhalten und dann würde ich sagen wo haben wir die aktion wir sind hier ein zu früh okay wir machen anders wir fahren dann hier lang entlassen wir die straßen mal ein bisschen und fahren dann hier rein in die dritte haltestelle in die dritte halte bucht das wäre dann hier aber der soll hier nicht über über dem fußgängerweg fahren warum zeigt er mir den fußgängerweg an der ist doch gesperrt wir machen es anders wir fahren auch hier an die zweite haltestelle da können die leute aussteigen und dann fahren wir die ganze schose wieder zurück ist das jetzt richtig wir war so wir sind hier an der zweiten dann gehen wir hier rüber dann kommen wir hier hin ja ist richtig fahren die ganze zurück machen noch mal ein halt gegenüberliegend hier und dann würde ich sagen kommen wir hier raus wo kommen wir hier raus fährt durch den kreisverkehr so ne der fährt da lieber durch den kreisverkehr ist irgendwie ungünstig was ist denn wenn wir das so machen da fährt er hier einmal um den ganzen pudding ne da muss ich hier noch eine platzieren sonst kommen wir da so nicht rum sonst fährt er der fährt hier immer eine andere strecke so jetzt habe ich es dann können wir verbinden und wir müssen stopp machen weil auf der strecke sollen auch nur bestimmte fahren und zwar fahrzeug entfernen wir nehmen erstmal alle raus die eingereiht sind und wählen einen typen und zwar soll der mercedes benz citaro 2006 fahren und der emma in line city limited edition der kommt raus fahrzeug entfernen fahrzeug hinzufügen da sollen ja fünf sind zu viel so vier ist okay so und dann geht das auch los und dann haben wir genau die fahrt beiden fahrzeug typen auf dieser strecke und wenn wir mal einen zeitraffer machen müsste jetzt glaube ich hier auch gleich im bus ankommen und hier vorne halten da werden wir mal schauen hier halten auch schon die ersten passagiere die hier vom flughafen weg wollen das ist auch sehr gut die müssten eigentlich hier auch anhalten dann haben wir die ja die eine bus haltestelle auf jeden fall entschärft die wo die ganzen leute immer hinlatschen aber die latschen immer noch dahin was ist denn los hier ähm das gefällt mir gar nicht das ist ein bisschen uncool so wir haben vier busse die unterwegs sind aber vielleicht muss ich da erstmal rum sprechen ähm die latschen immer hier hin aber vielleicht wollen die auch woanders hin weil die linie ja zum anderen teil der stadt führt so hier kommt jetzt aber auch kein bus an äh zumindest kann ich noch keinen sehen müsste ja eigentlich da kommt einer okay wo fährt er denn hin er fährt äh ah okay er fährt in den anderen stadtteil mhm das ist auch richtig so da kommt noch einer so hier sind zwei die müssen ja jetzt hier rumfahren ja ist auch richtig funktioniert auch das sind zwei busse äh die zum beispiel jetzt hier am flughafen auch halten okay so und äh ja das funktioniert auf jeden fall da haben wir schon mal ähm alles richtig gemacht dann müssen wir mal was anderes schauen dann mache ich hier auch noch so ein äh Bus ähm Zeichen hin ja damit das alles ein bisschen schöner aussieht das habe ich ja an den anderen äh Haltestein auch gemacht da haben wir und ähm ja ist dann nochmal so kenntlich gemacht und dann werden wir da auch äh so eine wie heißt das nochmal so eine Haltestelle ähm drüber machen das hat auch wie Haltestelle aussieht da können wir auch nochmal ein bisschen hier ähm nachbessern da haben wir nämlich noch so ein bisschen grün so dann haben wir da auch einen äh ordentlichen Asphalt und ja da kommen übelst viele Leute ähm ich muss mal raussuchen wo haben wir denn die Haltestelle da muss ich mal eingeben eben ähm ich hatte nämlich so eine schöne gläserne Haltestelle äh obwohl können wir anders machen die werde ich jetzt so nicht finden wahrscheinlich äh boah hier laufen aber auch Menschenmassen vorbei ja wie gesagt der Flughafen ist jetzt auch noch nicht so äh so wirklich fertig ähm das ist jetzt alles so ein bisschen äh Fummelei aber ich muss auf jeden Fall erstmal hier haben wir die schöne Haltestelle die werde ich auch da hinsetzen ähm wie mach ich das nochmal so mach ich das und äh kopiere die einfach dann hab ich sie hier bevor ich sie gar nicht mehr finde und die setzen wir dann auch schön dahin dann sieht das auch schön ordentlich aus und ähm ist auch so als Bushaltestelle kenntlich so mittlerweile haben die Leute auch verstanden ähm dass hier ein Bus hält das ist sehr gut dann äh werde ich auch mal hier die die Haltestelle hinpacken damit das auch gut aussieht so und da haben wir dann schon mal eine vernünftige Bushaltestelle äh mir fällt gerade auf ich muss auch noch hier abtrennen mit Mauern etc aber ähm ja da ähm ist auf jeden Fall noch einiges zu tun ähm ansonsten muss ich nochmal hier improvisieren Fahrkartenautomat und ähm wir nehmen jetzt die Tramstop Ticket Machine ist quasi äh für die ja für die Straßenbahn aber soll gleichzeitig hier auch äh alte Bus Ticket Geschichte dienen ah ich sehe gerade Tramstop hätte ich auch hier hinsetzen können wie sieht der denn aus ah sieht ein bisschen komisch aus ähm was haben wir hier da ist nochmal Straßenbahnschild okay okay das ist für unsere generell für unsere Straßenbahn und ähm ja dann werde ich jetzt mal hier noch ein paar Sitzplätze organisieren dass hier die Leute aussitzen können das ist aber auch nur der Optik halber hier setze ich natürlich keiner hin also zumindest habe ich jetzt noch nicht gesehen und ähm ja wir müssen mal schauen äh ich könnte hier noch so ein Glaspanel hinterstellen brauchen wir aber nicht unbedingt äh lassen wir jetzt auch weg ähm da könnte ich auch nochmal so einen Zaun hin machen okay okay jedenfalls die 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 Leute äh nutzen jetzt auch die Bushaltestelle das ist sehr gut und äh ja wir könnten eigentlich nochmal so ein beleuchtetes Schild hier hinstellen ähm ja wann der nächste Bus kommt etc sieht vielleicht auch nicht so schlecht aus dann äh das selber bestelle ich auch nochmal auf die andere Seite dann sieht man auch welcher Bus kommt und äh welche Uhrzeit etc ja das ist mehr so die Straßenbahngeschichte aber ja die will ich hier auch äh verwenden so dann muss ich mir das Ganze hier mal von der äh ja Haltestelle der Straßenbahn anschauen ähm da müssen wir ein bisschen was anderes machen die Leute müssen ja da hingelangen und das können wir am besten mit ähm ja mit so einen so einen Gehweg erreichen ähm da muss ich nur mal schauen wie ich das regle der muss hier so angrenzend sein denke ich mal ich glaube nicht dass die hier so einfach rüber laufen aber ich äh kann jetzt hier auch keinen keinen Weg irgendwie anlegen keinen direkten mal schauen da kommen ordentlich Leute ähm ja ist so ein bisschen schwierig im Moment warum kriege ich kann ich hier keine direkte Verbindung legen ja hier geht's hier geht's auch okay von hier wird's gehen ähm ja das hat glaube ich hier ein bisschen was damit zu tun wie ich hier den die Straßenbahn äh integriert hab die konnte ich nämlich nicht einfach hier so platzieren wie ich wollte also musste ich mir was einfallen lassen und ähm ja hier hätte ich glaube ich die Möglichkeit ja müssen wir mal ein bisschen tricksen äh so einfach ist das nicht ähm da muss ich das mal so ein bisschen rüberziehen ein bisschen freiziehen und äh gut jetzt müsste ich auch eine Verbindung genau zur Straße bekommen äh ja will so will aber nicht so ganz wie ich will ja können wir nur so anlegen oder so ja ist natürlich dürftig äh das ist nicht so was ich mir vorgestellt hab hat bestimmt mit der Straße jetzt zu tun äh weil die zum Flughafen gehört aber ich kriege keine Anbindung da ist natürlich sehr schlecht dann äh müssen wir halt ein bisschen optimieren ein bisschen tricksen und äh so äh zumindest werde ich so glaube ich auch die Leute erreichen ähm und hier werden wir mal einen Übergang machen ich weiß nicht ob das so einfach funktioniert müssen wir ausprobieren ähm den muss ich natürlich höher legen ja ist noch ein bisschen tricky hier alles neun Meter müssten eigentlich reichen ne reichen immer noch nicht ähm da müssen wir mal ein bisschen höher gehen äh ist so ein bisschen blöde es ist schwer abzuschätzen ähm ich glaub 12 war war so die Höhe womit man klarkommt hier um Gehwege über bestimmte Objekte zu führen äh wir machen das anders und äh ziehen uns jetzt einfach das da rüber dank Modding ist das ja hier alles kein Problem ähm das ist äh schon arg hoch aber okay die Stromleitungen sind frei äh die Oberleitung das ist ja sehr wichtig sonst funktioniert das ähm ja realistisch jetzt auch nicht so unbedingt so die müssen wir mal ein bisschen kürzer machen sonst haben wir so einen steilen Anstieg ähm okay da sind wir ziemlich hoch glaub ich aber okay dürfte ausreichen da können Leute im Notfall ja noch darüber wandern und anstatt dem Bus halt ähm ja die Straßenbahn nutzen so da müssen wir mal ein bisschen tiefer gehen das äh scheint mir echt zu hoch hier so ist das Ganze schön ordentlich und dann werden wir einfach mal hier von hier oben äh einen Weg nach unten legen und dann ist das Ganze auch äh optimal ausgerichtet und dann muss ich halt nur noch äh schön machen und dann haben wir auf jeden Fall hier ja mehr oder weniger realistisch äh einen Fußgängerübergang und die Möglichkeit dass die hier auch ganz normal zur Straßenbahn kommen und die auch nutzen können ähm ja parken ist jetzt auch wieder shit sehe ich gerade ähm da muss ich mal gucken sollen hier die Parkplätze genutzt werden beziehungsweise Parkhaus da sperre ich mal hier die äh Fläche dafür haben wir ja ein Parkhaus so da ist das Parkverbot auf jeden Fall an der Bushaltestelle ganz wichtig auch Parkverbot Parkverbot hier Kreisverkehr Zufahrt etc hier wird nirgendswo geparkt das geht so nicht und ähm ja die ganze Straße auch nicht hier ist alles Parkverbot dafür haben wir ja wie gesagt das Parkhaus hier stehen und ähm ja der große Parkplatz den ich hier angelegt habe der soll natürlich auch genutzt werden und ja dann mit den Fahrgästen wird jetzt auch eine Zeit dauern das ist ja immer so bis sich das erst wieder einspielt bis die ersten dann hier auch die die Tram beziehungsweise die Straßenbahn nutzen ähm natürlich muss ich auch mal gucken dass das hier alles ein bisschen attraktiver wird also für so einen Flughafen Vorplatz äh beziehungsweise ja vor dem Gebäude hier sieht's äh ein bisschen echt scheiße aus wenn ich das mal so sagen darf ähm ja das wird auch noch alles auf Schick gemacht hier also daran soll es nicht liegen ähm natürlich ist das ein bisschen zeitaufwendiger und äh das kann ich jetzt alles in einer Folge natürlich nicht abhandeln äh das sind jetzt wieder so so ein bisschen Kleinigkeiten die ich mit euch durchgehe was hier überhaupt in der Stadt passiert wir können mal den Regler wieder runterstellen sonst ist das alles so schnell hier so eine Radaranlage etc ähm das wird auch noch äh ja woanders hinwandern der Flughafen ist ja generell einfach nur so quasi Platzhalter der wird ja äh auch noch vergrößert und äh detaillierter etc ups oah da hab ich mich verschluckt ähm ja wird auf jeden Fall äh ja ein bisschen detaillierter etc so ähm was wir noch nicht geklärt haben ist diese Zufahrt hier was ist das überhaupt ähm ich hab mir gedacht um ähm ja den Verkehr hier ordentlich auch äh vom Flughafen abfließen zu lassen und nicht alles durch die Stadt äh fließen zu lassen habe ich ganz einfach hier äh unterirdisch äh einen Tunnel gelegt und hier ein neues Autobahnkreuz ja ich weiß das hier ist unschön das wird auch noch geändert das ist jetzt alles nur provisorisch gewesen jedenfalls habe ich hier ein ordentliches ähm äh äh weiteres äh Autobahnkreuz angelegt und äh das ist die direkte Zufahrt zum Flughafen und äh natürlich Abfahrt auch äh dass äh die Fahrzeuge schnell und nicht durch die ganze Stadt abfließen können und äh ja hier muss ich auch nochmal nachbessern das gefällt mir auch so nicht ähm aber es gibt ja immer was zu tun und äh das sind jetzt erstmal die groben Züge die ihr jetzt so mitbekommt äh was hier so passiert etc ansonsten an den Gebäuden seht ihr ja hier sind äh noch ein paar Bürogebäude dazu gekommen hier ist nochmal ein großer etwas größerer Tower dazu gekommen mit äh Vorplatz etc so und der ganze Stadtteil hier wird natürlich auch noch ordentlich ausmodelliert und äh schick gemacht ähm hier wird mal ein bisschen weniger gebaut weil das ja auch die Ein- und äh Abflugschneise ist der Flugzeuge da können wir jetzt nicht die riesen äh Klötze hinbauen ähm ja könnte ich schon aber halte ich dann eher für unrealistisch ähm ja hier der Park ähm der wird auf jeden Fall auch nochmal optimiert der wird richtig schick gemacht äh das gefällt mir gar nicht ist der totale Schandfleck äh ansonsten hier meine Parkplatzsysteme und so die werden gut genutzt und äh ja die Straßenbahn äh auf jeden Fall auch naja okay plus null plus null ähm ja weiß nicht ob es jetzt an den an den ähm an der derzeitigen Situation äh liegt dass ich gerade eine erwischt habe die leer ist aber generell wird die auch genutzt ähm habe ich habe ich schon überprüft und äh ja ist mal mehr mal weniger sind aber allerdings auch nicht so viele Leute hier ähm aktuell auf der Linie unterwegs das ist halt äh Flughafen ähm ja Flughafen Bahnhof quasi die Pendelstrecke und ähm da das ja auch nur ein kleiner Bahnhof ist äh ist jetzt hier auch noch nicht so viel los und äh wie gesagt ihr habt ja gesehen ich habe jetzt erstmal den Fußgängerüberweg gebaut gebastelt und da haben wir schon die ersten die hier die ne das sind im Moment noch Fahrradfahrer aber zumindest äh hier haben wir schon mal jemanden der darüber gelatscht ist anschein und ähm ja mit der Zeit wird das auch hier genutzt so ähm ja ist so ein bisschen äh Input für euch äh was hier so äh aktuell los ist und äh ja wir haben eine Bushaltestelle ergänzt ähm ich will auf jeden Fall äh ja weiter hier an X-Town rum basteln äh mir macht's mega Spaß äh wenn's euch ebenfalls gefallen hat und ihr mehr sehen wollt lasst mir gerne einen Daumen nach oben da wie immer ähm wenn euch ein Video gefällt und äh ja ansonsten wenn euch mein Kanal generell gefällt schaut auch mal in die anderen Videos rein vielleicht ist da auch was für euch dabei dann äh würde ich mich natürlich über ein kostenloses Abo eurerseits freuen und ansonsten äh würde ich sagen ich bin jetzt raus und eventuell sehen wir uns beim nächsten Mal bis dann 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 Vielen Dank.